Liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ankündigung. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Bekommen wir noch in diesem Jahr zwei neue deutsche Strecken für den Trainsimulator 2022? Dies lassen zumindest einige Ankündigungen sowie Leaks vermuten. Der slowenische Entwickler RSSLO hat nun die Entwicklung der deutschen Strecke Regensburg-Passau am 22. September 2021 offiziell angekündigt. Die Bahnstrecke von Regensburg nach Passau ist schon die fünfte süddeutsche Strecke, welche von RSSLO entwickelt wird. RSSLO entwickelte bereits die deutschen Strecken Salzburg-Mühldorf, Salzburg-Rosenheim, Holzkirchen-Würgel und die Allgäubahn. RSSLO ist außerdem bekannt für die Entwicklung zahlreicher Strecken im österreichischen und slowenischen Raum. Die Bahnstrecke von Regensburg nach Passau ist eine sehr wichtige Strecke im internationalen Fernverkehr. Die Strecke ist komplett zweigleisig und elektrifiziert. Auf dieser Strecke findet Personenfern- und Nahverkehr sowie Güterverkehr statt. Im Fernverkehr kommen hier ICE-T-Züge der Baureihe 411 zum Einsatz, welche die Städte Frankfurt, Main und Wien im Zwei-Stunden-Takt verbinden. Im Personennahverkehr kommen im nördlichen Abschnitt zwischen Regensburg und Blattling Regionalbahnen zum Einsatz und im südlichen Abschnitt zwischen Blattling und Passau der Donau-Iserexpress, welcher Passau mit München verbindet. Alle Regionalzüge auf dieser Strecke werden mit der Baureihe 440 gefahren. Die Strecke von Regensburg nach Passau hat eine Länge von insgesamt 110 Kilometern. Interessiert ihr euch für die Strecke Regensburg-Passau und werdet ihr euch diese Strecke kaufen, sobald sie verfügbar ist? Diese Strecke ist vor allem auch für Spieler interessant, welche beispielsweise das DLC Nürnberg-Regensburg von Duftail Games besitzen und das DLC Passau-Wels, welches vor kurzem ebenfalls von RSSLO veröffentlicht wurde. Somit sind zum Beispiel Zugfahrten von Nürnberg über Regensburg und Passau bis nach Wels möglich. Und kommen wir nun zur zweiten Streckenankündigung. Bitte beachtet, dass diese zweite Streckenankündigung noch nicht offiziell bestätigt wurde und somit hier einige Spekulationen vorhanden sein können. Mitglieder der Train Simulator Community stießen im Steam Archivement Manager auf folgende Einträge. Diese Einträge, die ihr hier im Bild sehen könnt, lassen darauf schließen, dass Entwickler Duftail Games anscheinend an einer Strecke von Karlsruhe nach Straßburg und eventuell auch nach Offenburg arbeitet. Die Strecke von Karlsruhe nach Straßburg inklusive des Abschnittes nach Offenburg hat eine Gesamtlänge von 94 Kilometern. So wie es aussieht, sollen bei diesem Projekt sogar drei Fernverkehrszüge enthalten sein. Dazu zählen der ICE 2, der ICE 3 und der französische Hochgeschwindigkeitszug TGW Duplex. Außerdem könnte es hier eine Lok für den Güterverkehr mit der Baureihe 186 geben und für den Personennahverkehr eine Lokomotive der Baureihe 146.2 mit wahrscheinlich dazugehörigen Doppelstockwagen und Steuerwagen. Die Bahnstrecke von Karlsruhe nach Offenburg und Straßburg gehört in Deutschland zu den wichtigsten Eisenbahnstrecken. Auf dieser Strecke besteht ein starker Eisenbahnverkehr. Es ist eine sehr wichtige Verbindung von Deutschland in die Schweiz und nach Frankreich. Auf der Strecke findet ein hoher Personenfernverkehr statt. Der Abschnitt zwischen Rastatt und Offenburg ist eine Schnellfahrstrecke, die parallel zur Altbaustrecke verläuft. Und auf der Schnellfahrstrecke werden Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometer erreicht. Die Fahrzeit von Karlsruhe nach Straßburg mit dem Fernverkehrszug gedauert knapp 45 Minuten. Einige Fernverkehrszüge halten zusätzlich in Baden-Baden. Diese Streckenankündigung ist, wie gesagt, noch nicht offiziell. Auch wird vermutet, dass es sich hierbei um die Deluxe-Strecke von Train Simulator 2022 handelt. Der Train Simulator 2022 wurde vor einigen Wochen offiziell von Dovetail Games angekündigt. Darin enthalten jeweils eine Strecke aus den USA, aus Großbritannien und aus Deutschland. Diese Strecken sind bereits bekannt. Aber Dovetail Games gab zusätzlich bekannt, dass es auch eine Deluxe-Edition mit einer vierten, bislang noch unbekannten Strecke geben soll. Was ist eure Meinung zur Strecke Karlsruhe-Straßburg bzw. Karlsruhe-Offenburg? Glaubt ihr, dass diese Strecke entwickelt wird? Oder wird hier wieder etwas zu viel hineininterpretiert? Schreibt doch auch hierzu eure Meinung in die Kommentare. Wie sind eure Meinungen zu beiden geplanten deutschen Strecken? Schreibt auch dies in die Kommentare. Freut ihr euch auf beide Strecken? Und welche deutschen Strecken sollten noch für den Train Simulator 2022 entwickelt werden? Ich bin sehr auf eure Meinungen dazu gespannt. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.